Um 21.57 Uhr mitteleuropäischer Zeit Die Zeit war es soweit. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der Russe Maxim Surayev und der US-Amerikaner Reed Wiseman starteten an Bord der Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonkur in Kasachstan in den Weltraum. Ziel ist die internationale Raumstation ISS. Dort soll Gerst ein knappes halbes Jahr lang an mehr als 100 Experimenten arbeiten. Die Rückkehr ist am 11. November geplant. Alexander Gerst ist der elfte Deutsche im All.